So liebe Leute, schönen guten Tag. Es ist Sonntag der 22. Jahrzehnte. Heute spielt der FSV Union Fürstenball Ligen Energie Cottbus. Gleichzeitig Spitzenspiel in der Regionallia Nord-Ost. Und ja, hieß schon mal meine Ansage. Hoffe Hüte 10 auf Hüte Tore und alle drum und dran. Und ich denke mal, die freuen uns auf ein schönes Spiel. Und ja, drücken wir mal den FSV die Daumen und dann kann es weitergehen. Ich warte jetzt auf meine Atze. So, ich hoffe, der kommt gleich. Also dann, ist gut, ich fülle mich ja. Weil hier die Leute vorbeilaufen, die decken mich an hier füllen. So ist es richtig. So, wo bleibt mein Bruder? Der kommt wieder mit dem Kumpel und dann jetzt los. Drücken wir mal, wie gesagt, FSV die Daumen. Also dann, freuen wir uns auf ein schöner Spielzehen. Bis dann. Ciao. So dunkel, ey. Ist ja mein Handy so dunkel hier. Die Ansprache, die hatte ich ja schon vorhin gemacht vom Stadion. Ja. Mhm. Ja, das ist cool ist hier. Energie Cottbus hier. Wah. Und hat das als Spieler hier. Wah. Neben mir hier. Ja. Kumpel Andreas, mein Bruder auf der linken Seite. Sag doch kurz mal Hallo. 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 Also du musst noch deinen Tipp abgeben. Mein Tipp? Ja. Gut das Spiel, hoffe ich doch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke mal, ich sage 2-1 für FSV. Ui. Das ist ja optimistisch. Das musste ja auch sein. Ja. Dann brauchst du ja irgendwie nicht spielen hier. Da wir zur Zeit sowieso einen guten Lauf haben, von daher ist alles zuzutrauen. Da wir zwischen 6-1 für 73-1. Wachtバイ. Und ja, jetzt ist es. Zwanz. sett. Zwanz. Schwanz. Zwanz. Natas. Schwanz. Zwanz. 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 � squeeze. Zwanz. Zwanz. Ja, warte mal. Jetzt sitzt er nach der Wallet. Und dann will er hier vonechtig. So, diesmal von links nach rechts gleich. Ja. Ich mag das meistens immer, wenn sie die zweite Halbzeit so spielen. Ich spiele immer eine gute zweite Halbzeit. Ich möchte immer jetzt warm spielen, wenn sie immer in der zweiten Halbzeit so spielen. Ja, das wäre natürlich cool. So, dann gucken wir uns den Anschluss mal an. Morgen. So, das ist meine Tato. Ja, ja. Da haben wir keine Stimmung. Wir haben gar keine Jubeln. Wir waren ganz weiser. Das war ich schon traurig. Ja. Wie hat's jetzt sein, oder? Der steht bei Besuch. Über 3 Kilometer! Meinst du, das geht doch, wenn sie zu Hause sind? Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Oh ja. Na, wohnerts? Komm hier auf mich rein. Das ist eine gute Position, was? Kann man mal draußen machen. Ja. 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 Ja, ja. Ja. das war abseits das war abseits das wird gerne mal sehen scheiße mann Ah, sie ist zu weit. So, ihr habt einen Elfmeter. Elfmeter für FSV. Ja. Ja, schön. Jetzt ist der Heimspiel. Große Karte! Ich wäre ja auch nicht fällig, wenn die erinnigen würde. Ja? Ich würde die da oben hängen. Klar. Ja, geht ja nicht hin. Ja, die in Hämmer darin, Jungs. Ja. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Toll! Ja! Jawohl! Ja! Oh, Gott sei Dank! Ja. Noch eins, ne? Und er ist verdient. Ja. Endlich verdient, wa? So. Dr. Ja! Jawohl! Ja! 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 Warum schicke ich jetzt die Spieler hinter uns, ob das auf den Block war? Zum Warmbachung. Abang! 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 Das war richtig so, ey, Ecke. Ja, das ist eine Rolle. Oh. Ja, ich habe mich nicht gemacht. Wir sind nicht. Wir sind nicht in der Welt. Wir sind nicht in der Welt. Wir sind nicht in der Welt. Applaus Nach vorne gab es gerade ein bisschen Erja da. So eine Minute und nachspielzeit liebe Leute. 1-0 immer noch. Besser ist. Ja, wird besser auch, dass ihr die Haare schön habt, oder? Oh, volle Knochen hier, ey! Oh, volle Knochen hier, ey! Ja, das ist ja geil. Feierabend sein, oder? Ja! Und Halbzeit! 1-0! Kannst du bleiben von mir aus! Ja, guck mal ran, richtig, ey! Ja, guck mal ran, richtig, ey! Ja, stoppen, ey! Ey, da ist ja die geile Fahne, ey! Die geile Fahne? Was ist denn denn? Was ist denn denn? Die haben sowas nicht? Oder siehst du sowas da? Ja! Ja! Da fällt ja auch einlaufen! Ja! 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 Auf den Kurs, den Kurs, den Kurs! Damit soll sich für die Arten ziehen. So dann, auf zur zweiten Halbzeit. Oh schade, mein Akku ist leer gleich. Stimmt, meine Pips sind ja schon ein bisschen dichter geworden. Meins haut ja auch nicht mehr hin. Annehmen und rufen. Richtig so, richtig so. Und hier rüber, hier. Ah ok, ist weg. Blippenstirken. Woher. In der Mitte von Landau. Blippenstirken. Haja. Applaus Und, und, oh Können wir schon mal verabschieden, weil der Akku ist hier leer Und, äh, im 89. Spielminute Da kommt man nochmal in die Ecke für FSV Hier passiert da noch was Leider passiert nichts mehr Ja, leider der erste Halbzeit so gut, 1-0. 3-1 steht für NRG. Hat nicht sollen sein, dennoch war es ein richtig gutes Spiel. Zuschauerrekord haben wir auch geknackt, über 2000 waren gewesen, 2073. War ein schöner Nachmittag. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.